Zum Beispiel eine Weile lang wurde ständig Herr Lauterbach eingeladen, egal welche Talkshow du angemacht hast. Der Gott sei bei uns der Gesundheitspolitik, nicht wahr? Ja, früher wurde auch ich ja sehr viel eingeladen, will ich ja gar nicht bestreiten und andere auch. Vielleicht muss man sich von dieser Einseitigkeit etwas trennen. Das Zweite ist... Meine Damen und Herren, die Sie jetzt zuhören von den Medien, das war jetzt gerade ein Bewerbungssatz von Gregor, wieder sehr viel eingeladen zu werden. Das ist ein schwerer Irrtum, weil das mir immer den Arm verlaubt. Dann gehe ich lieber mit dir ein Glas Weißwein oder auf deinen Wunsch auch ein Glas Rotwein trinken. Das ist für mich übrigens zu anstrengend. Ich denke immer, dass ich zu kurz zu Wort komme. Die anderen denken immer, dass ich zu lang zu Wort gekommen bin.